Musik Zwischen dem Teutoburger Wald und den sanften Hügeln des Weserberglandes liegt das Staatsbad Bad Oeynhausen. Neben einem hochwertigen Kultur- und Gesundheitsangebot lädt eine attraktive Umgebung zu vielen interessanten Ausflügen ein. Musik Herzlich Willkommen in Bad Oeynhausen. Tief durchatmen und mal die Zeit vergessen. Das Zentrum von Bad Oeynhausen ist der Kurpark mit einem alten Baumbestand und üppigen Blumenbeeten. Er erinnert mit seinen historischen Gebäuden an die mondäne Bäderkultur des letzten Jahrhunderts, ist aber längst zur Bühne für moderne Kulturereignisse geworden. Musik Der Jordansprudel wurde 1926 erbohrt und gilt als Wahrzeichen der Stadt Bad Oeynhausen. Mit einer Tiefe von 725 Metern ist er die größte kolensäurehaltige Thermalsohlequelle der Welt. Das Kaiserpalais beherbergt heute das GOP-Varieté-Theater, das alle zwei Monate mit neuen Showproduktionen und internationalen Weltklasse-Künstlern aufwartet. Das Theater im Park bietet ein vielseitiges Programm, das von Sinfoniekonzerten über klassisches Schauspiel, Krimi, Oper, Operette, Boulevard bis hin zu Revüen reicht. In der Wandelhalle erleben Sie klassische Klavierkonzerte mit preisgekrönten Solisten und die Kurkonzerte des Staatsbad Orchesters. Absolutes Highlight sind im August die Parklichter, ein großes Open-Air-Festival im Kurpark. Viel Kleinkunst, Illuminationen und ein fulminantes Feuerwerk. Nach den schönen Erlebnissen des Tages könnte ein prickelnder Casino-Besuch den Abend abrunden und noch bereichern. Die größte kohlensäurehaltige Thermalsohlequelle der Erde speist die Bali-Therme mit heilendem Wasser. Das Flair des originalasiatischen Ambientes und die wohltuende Wirkung individueller Verwöhnprogramme im Spa der Bali-Therme geben Ihnen neue Kraft und Vitalität. Erkunden Sie die Sehenswürdigkeiten der Stadt einmal auf ganz andere Weise. Emil, der Wolkenschieber, ist immer zur vollen Stunde für Sie bereit. Die Innenstadt überzeugt Sie mit einem besonderen Charme und einem internationalen Markenangebot. Der Werrepark ist ein modernes Einkaufszentrum in Bad Oeynhausen. Es liegt am Südufer der namensgebenden Werre, etwa zwei Kilometer östlich vom Stadtzentrum in Richtung Weser. Bad Oeynhausen hat sich zu einem hochmodernen Gesundheitsstandort entwickelt. Hier ist das weltweit anerkannte Herz- und Diabeteszentrum NRW angesiedelt. Ebenso finden sich Fachkliniken für Orthopädie, Venen, Haut, Rheumatologie und Essverhalten sowie Reha- und Anschlussheilbehandlungen. Das Gradierwerk wird nicht nur von außen, sondern auch von innen berieselt. Hier atmet man die gesunde, sohlehaltige Luft. Die Stadt hält viele Fitness- und Sportangebote bereit, wie Tennis, Golf, Wandern oder Radfahren. Mitten in den naturbelassenen Sielauen in Bad Oeynhausen findet sich ein außergewöhnliches antikes Gasthaus mit sehenswerter historischer Zuckerbäckerei und einem erholsamen Sohle-Inhalierbrunnen, das Salz- und Zuckerland. Das Besondere erleben und finden, der Aquamagica-Park. Hier warten auch die Wassergärten in der Nähe des Wasserkraters oder das Biotop auf ihren Besuch. Bad Oeynhausen. Gesundheit und Kultur. Vielfältig und einmalig. Eine beeindruckende Urlaubslandschaft und Sehenswürdigkeiten. Willkommen in Bad Oeynhausen. Untertitelung des ZDF, 2020